Der Dieb! Der Dieb! Ich hab! Ich hab! Herr Kellerbauer! Äh, 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 alles im Prüfbereich? Gar nicht, das hier im grünen Bereich! Ja, Sie müssen den Kalker am dampfen! Wir warten ein Erklärung! Ich kann alles erklären! Lass mich erst mal raus! Kommt mal mit in den Keller! Also, eigentlich soll es ja eine Überraschung mehr! Was ist denn das für eine Zeitmaschine? Ja, da staunst du! Das ist meine Wodka-Brenn-Anlage! Ein Prototyp, ne? Pass auf! Also, hier oben kommt Getreid rein! Ja, wird mit Wasser ausgefüllt, zum Kochen gebracht, schließt dann hier durch die Schläuche, destilliert, dann durch den Apparatismus... Und hier unten trappelt's ins Glas! Glas, klarer Wodka! Funktioniert prima! Außer, dass die Kondome immer heißen! Aha! Ja, dann... Dann... Dann Prüsterchen! Was ist denn heut bei Hansi los? Der Tag geht, der schöne Hansi kommt! Hallo liebe Fernsehzuschauer! Ich begrüße heute an meiner Bar einen Mann, der in den letzten Tagen durch eine geniale Erfindung in die Schlagzeilen der Weltpresse geraten ist! Buenos Dias, Wilhelm Kellerbauer! Danke! Danke, Herr Kellerbauer! Danke! Herr Kellerbauer, erzählen Sie uns doch bitte etwas über Ihre Erfindung! In Vorbereitung der Karibischen Nacht im Kaffeeungelenk habe ich mir nächtelang den Kopf zerbrochen, wie man das hier im Kaffeeungelenk am besten machen kann, um es auch so schön wie möglich hinzukriegen. Da kam mir, das war für ungefähr drei, eine, zwei, fünf Tage eine blendende Idee. Um das schon mal verweck zu sagen, Hansi, ich habe aufgrund dieser Idee mehrere hochkarätische Angebote von Weltfirmen bekommen, die mich von der Stelle wegnehmen würden. Außerdem bin ich vorgeschlagen für den Titel, The Top Housemaster of the World. Zur Idee zur Erfindung Weltverständlichem. Es handelt sich bei meiner Erfindung um eine Partylichterkette. Das hört sich gut an. Das denke ich auch. Halt es mal hier. Der Vorteil meiner Partylichterkette gegenüber einer handelsüblichen Partylichterkette besteht zweifellos in ihrer Länge. Meine Partylichterkette ist 87 Meter lang. Deshalb bezeichnet man sie auch in internationalen Fachkreisen gern als T-L-L-K-P-L-K. Wie bitte? T-L-L-K-P-L-K. The Long Long Kellerbauer Partylichterkette. Ah. Heute hier, für welcher erste Betriebnahme, herzlich willkommen, wenn der Strecke noch rein, Olaf Berger. Ah, schönen guten Abend. Hallo, danke. Willkommen, Herr Berger. Bodylichterkette. Brenn! So viel zu the long, long Kellerbauer Partylichterkette. Vielen Dank.